Puh, also so langsam bin ich ein bisschen überfragt, wie wir hier wegkommen sollen. Und wohin? Hm, Karte. Ähm. Also wir sind gerade hier, so wie es aussieht. Ah, und da oben wird uns das Ziel angezeigt, wo wir hin... Ach nee, da ist unsere, glaube ich, unsere aktuelle, genaue Position. Was ist denn? Hundekarte. Heran zoomen. Ja. Was ist das? Da ist Darnquist und da ist Heliot. Aber wie kommen wir denn da hin? Ich bin überwältigt von dieser... Kack. Also rein... Also da Darnquist ist, da müssen wir jetzt einfach hier den Weg zurücklaufen, dann kommen wir hier außen rum und dann kommen wir da irgendwie hin. Nur weil das verbindet ja das und das, also die beiden R-Teile hier. Das heißt, wir müssen hier hinten rum. Eigentlich. Da ist die Brücke. Ja, da ist die Brücke. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab die Brücke gefunden. Was ist passiert, wenn du eine Pause wirst? Haha. Es ist wahrscheinlich ein guter Zeit. Es sieht, dass niemand uns noch mehr folgt. Wie kannst du dir sagen? Hm. Intuition, I suppose. Intuition? Anyway, wir sollten hier gut sein. Wir müssen jetzt resten. Wenn wir Zeit nehmen, um ein langer Rest zu nehmen, müssen wir ein paar Dinge über unsere Guilden entscheiden. Was ist mit dir und zu befreien? Was hast du versucht, um ein Guild zu entwickeln? Ich möchte unsere Guilden werden wirklich großartig. Und dann, ein Tag, wir folgen in den Dons' footsteps und uns selbst zu retten Dons'gresten. Das ist, ich kann ihm meine Gratitude für alle Jahre er hat die Stadt geschehen. Das ist ein wunderbarer Traum, Carol. Ich werde nur mit dem Boss hier stehen. Huh? B-Boss? Ich? Du warst die ersten Idee, die an dieser verrückte Idee sei. Ich glaube, du hast richtig. Und wie ist der erste Bestellung? Damit Sie spätigungen? Ja! Du kannst die Guilden so sehr schön machen. Warum nicht du im Guilden auch nicht als wirklich, Judith? Hmm, ich wundere. Sie denken, dass sie mich lieben? Die wichtigste Sache ist die Gelegenheit der Gelegenheit. Diejenigen, die die Gelegenheit verletzen, werden sehr stark verletzt, sogar Freunde oder Familie. Die Gelegenheit sind die Grundstück der Gelegenheit. Keiner kann sich nicht beendet werden, ohne eine Solemne Pledge zu beobachten. Und was sind die Gelegenheit der Gelegenheit, Carol? Um... Jeder unterstützt sich einen anderen und immer mit den Interessen der Gelegenheit der Gelegenheit in der Lage. Sie versuchen immer zu tun, während es nicht verletzt wird, während es nicht verletzt wird. Was bedeutet das? Alles für die Gelegenheit und die Gelegenheit für alle. Alles für die Gelegenheit und verletzt die Ungewöhnliche. Jeder Meinung wird von der Gelegenheit verletzt werden, so lange es nicht gegen diese Verletzungen geht. Yuri, das ist nur was ich... Was ist das, Boss? Alles für die Gelegenheit und die Gelegenheit für alle. Ja, das ist es. Das sind unsere Gelegenheit. Es sieht aus, dass es meine Gelegenheit wird, von jetzt auch. Sicher ist es okay, dass deine Gelegenheit zu machen, so wie das? Ja, du hast mich interessiert. Alles für die Gelegenheit. Ich mag das, wie es das klingt. Also, dann... Ich versuche, die Gelegenheit zu verletzungen, für die Gelegenheit und... Oops. Ich versuche, die Gelegenheit zu verletzungen, für die Gelegenheit zu verletzungen. Und wie wollen wir die Gilde denn nennen? Das ist jetzt irgendwie die nächste Frage, die sich mir... Auf, Dings. Naja. Wo ist denn der Hund? Reden wir erst mit der Frau. Der Hübschesten. Danke. Wofür? Du bleibst auf, um Wache zu halten, oder? Nein, ganz und gar nicht. Du weichst mir aus. Das sagt die Richtige. Ach, seltsam. Ich dachte immer, ich seize mich gerade aus. Ernsthaft? Ähm, du hast doch nicht einmal den Grund genannt, weshalb du in die Gilde wolltest. Weil ich es nun mal wollte. Das ist alles? Nein. Äh, solange sie den Regeln der Gilde nicht widersprechen, werden alle Wünsche respektiert, richtig? Keine Sorge, ich sagte, ich halte mich an die Regeln. Und das werde ich tun, aber auf meine Weise. In Ordnung. Aber eines Tages werde ich dich dazu kriegen, mir den wahren Grund zu nennen. Danke. Fürs Wache halten? Für das Gespräch. Oh, du möchtest also noch weiterspielen? Wie langweilig. Wie, du schläfst nicht? Hahaha. Nein, ich habe über einen Namen für unsere Gilde nachgedacht. Ich lasse mir was Cooles einfallen. Klar, ich bin schon gespannt. Juri? Hm? Ich dachte gerade, wir haben unsere Gilde gegründet, ohne zunächst auf ihre Regeln zu schwören, oder? Ja, aber das haben wir doch vorhin getan. Keine Sorge also. Gut. Juri? Was ist? Äh, hast du diese Regeln erfunden, oder hast du irgendwo von ihnen gehört? Die sind mir so eingefallen. Warum sind sie nicht gut? Doch, doch. Nur, das waren genau die Regeln, an die ich auch gedacht hatte. Ich bin wirklich glücklich, dass wir beide eine Gilde gegründet haben, Juri. Haha. Jetzt werden wir aber nicht schmalzig. Haha, ich. Oh. Was ist? Ich habe einen Namen. Die Super-Ultra-Tapfen-Krieger. Haha, das hört sich ganz nach Captain Carol an. Wirklich, den nehmen wir. In Ordnung. What the fuck? Ich dachte schon, wir können das selber machen. Oh, der sieht ja gar nicht gut aus. Ähm, fällt mir ein. Der hatte doch jetzt einen Titel gekriegt. Hm. Schade. Oh, Juri. Hey, schläfst du nicht? Nein. Ist irgendwas? Nein, ich habe nur gerade über unseren nächsten Zug nachgedacht. Ja. Ich hatte nicht einmal nachgedacht, mit euch weiterreisen zu können. Ich versuche immer noch zu entscheiden, ob ich soll. Du wirst alles in diese Gilde legen, nicht wahr? Ich würde ja zu gerne mit dem Strom schwimmen, aber ich habe sie Flynn gegenüber erwähnt. Es gibt keinen Zurück. Carol scheint glücklich zu sein. Ich bin etwas neidisch. Oh, möchte Ihre Majestät, die Prinzessin unserer bescheidenen Gilde beitreten? Wenn ich fragen würde, würdest du mich aufnehmen? Wenn du gut darüber nachgedacht hast, werde ich dich nicht aufhalten. Ja, du hast recht. Ich sollte gut darüber nachdenken. Nun, denk nicht zu sehr darüber nach. Wie kann ich mich entscheiden? Und? Repeat? Du hättest auch was, Wache. Also, wir haben eine Gilde gegründet. Wir sind ein zusammengewürfelter Haufen, aber es wird schon. Aha, du bist unsere Nummer zwei. Versuch's, den Boss nicht zu schwer zu machen. Du solltest dich auch etwas ausruhen. Es hat keinen Sinn, alleine rauszugehen. Ich habe jetzt aber mit allen gesprochen. Was meinst du, soll ich dir vertrauen, dass du auf uns aufpasst? Äh? Äh, ausruhen. In Ordnung, dann... Ruhe ich mich etwas aus. Danke, Repeat. Also, Estelle, was du tun? Ich will nachdenken, für den Sprechstuhl-Monstern. Wenn es mir war, er war, dann will ich herausfinden, warum. Du fühlst nicht, dass du leichter wirst, bis du herauskriegst? Aber wie sollst du das tun? Wie kannst du nachdenken, für einen Monster, wenn du keine Ahnung, wo er ist? Ich dachte, du warst mit all den Sprechstuhl-Monstern. Ich weiß nicht, wie ich es nicht gesehen habe, wie ich es nicht gesehen habe. Das war kein Monster. Sein Name ist Pharo. Du kennst ihn? Ich sah ihn früher, wenn ich mit meinem Freund bin bin. Und es war mein Freund, der seine Name wusste. Warum würde dein Freund wissen, wie das Name ist? Wo hast du ihn gesehen? Es war auf dem Désirr-Kontinent, in den Sands of Kogor. Das ist der Kontinent, in den Südwesten von Tolbikia. Der Kontinent des Désirr. Der Desert. Du bist nicht nur auf dem Désirr-Kontinent, weil jemand ein Monster gesehen hat. Er ist richtig, du wisst. Ich frage mich, ob diese Fährie-Telle könnte sein... Fährie-Telle? Ich frage mich an dem Kastel. Ich frage mich an dem Kastel-Kontinent, Estelle? Ich frage mich an dem Kastel. Ich frage mich an dem Kastel-Kontinent. 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 Okay, das wird es geschafft. Ich frage mich an Torum-Harmor und schlaufe ein Boot! Wir gehen auf einem Ocean-Kontinent in den Kastel-Kontinent des Désirr! Wir wollen nicht eine Pause in Heliord? Ah, wer braucht es? In der Fall, wir können Torum nicht nach Heliord-Kontinent ohne zu passen durch Heliord. Ich würde auch gerne sehen, wie sie đã gemacht, seit Blastia zu kontrollieren. Ja, das war ziemlich verrückt. All right, wir gehen in für einen kurzen Blick in die Stadt. Okay. So, first to Heliord, then from Torum to Désirr by boat. Okay, ich versuche wieder. Brave Vesperia, fall out! Arr! Yay!